Vorstand Nummer 80, Daniel Rustin, 640 TS und Luis Gallego, 620 TS links. Jetzt hier weiter, also ich muss jetzt gleich losfahren, aber soll mal vorbereiten, damit es zügig weiter geht. Wir machen jetzt einen Lauf. Wir machen jetzt einen Lauf. 670 TS links im Porsche, 640 rechts im GT-R. Arbeitsgrenze ab.